Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich habe hier einen Kumpel, der heute mit mir zusammenarbeitet, mein Assistent. Ich hatte schon mal so einen Kumpel und den liebe ich total. Den finde ich so schön. Ich habe schon für meine Enkelkinder sowas gekauft und ich habe für mich selber im Schlafzimmer sowas aufzustehen. Ich finde es einfach nur schön. Aber wir fangen mal von vorne anders aus und dann zeige ich euch erstmal Erdenkabel mit dabei. Ist klar, USB-A steckt bereits in meiner Steckdose und hier steckt der Stecker für das Gerät drin. Dieser Untersatz, der ist separat im Lieferumfang drin. Wird einfach nur zusammengesteckt. Man kann da schön stehen auf diesem Untergrund. Die Arme kann man bewegen. Ja, man kann mit ihm auch ein bisschen spielen. Man kann ihn in Marschposition bringen. Ist schon sehr niedlich. Dieser Kopf wird durch Magneten gehalten. Man kann ihn auch umdrehen. Das fällt nicht gleich runter. Aber wenn man zu kräftig schüttelt, siegt die Schwerkraft. Also da muss man drauf achten. So, das war das. Hier kommt das Sternlicht raus und hier diese Nebelschwaden. Diese schönen, ich sage mal Nordlichter dazu. Ich finde das einfach nur hübsch. Hinten ist eine ganz einfache Bedienseite. Hier wird ein ausgeschalten. Hier kann man die Sterne schalten und hier die Nebelschwaden, die Farben verändern. Ich habe aber hier die Fernbedienung. In der Fernbedienung sind zwei Dreifach-A-Batterien drin. Wie ihr wahrscheinlich schon an den Amazon Basics erkennt, sind das Batterien von mir. Die waren nicht im Lieferumfang enthalten. Aber ist ja kein Problem. Ich habe ja für Testzwecke immer welche zu liegen. So, diese Fernbedienung. Ein Ausschalten. Hier kann man timen. Und hier werden die Nebelschwaden geschalten. Durch wiederholtes Drücken kann man die Farbe ändern. Oder hier durch diese beiden Tasten. Dann, ja, wenn man hier schnell durchtippt und man hat auf ihm, ach Gott, jetzt war das, was mir gefallen hätte und er hat nämlich schon wieder dran vorbei, kann man zurückgehen. Das ist immer ganz gut. Das heißt, wenn man wieder von vorne alles durchtippen muss, um zu suchen. Und mit diesen S-Tasten kann man bei den Nebelschwaden die Geschwindigkeit ändern bis zum Stillstand. Hier unten dasselbe für die Sterne. Sterne an. Man kann sie dimmen und man kann die Geschwindigkeit dabei einstellen. Das macht sich besonders, diese Geschwindigkeit für die Sterne, macht sie besonders bezahlt, weil die Sterne hier ständig auf- und abschwellen. Das ist nicht jedermanns Sache. Meine ist es ganz und gar nicht. Ich finde das immer anstrengend. Und deshalb habe ich das mal so ein bisschen probiert und habe dann die Geschwindigkeit runtergesetzt und auf einmal standen die still. Die bewegen sich dann zwar nicht mehr, aber die schwellen auch nicht auf und ab, bewegen sich nicht, aber stehen eben immer fest am Sternenhimmel. Ich finde diesen Sternenlichtprojektor einfach wunderschön. Ich hatte, wie gesagt, schon welche. Ich habe an meine Enkelkinder die weitergegeben. Ich bin so glücklich und zufrieden und einer steht bei mir im Schlafzimmer und macht mir abends immer Licht, wenn ich schlafen gehe. Ich habe ihn noch zusätzlich mit einer Alexa-Steckdose verbunden, sodass ich dann bloß sagen würde, Sternenhimmel an, Sternenhimmel aus und so. Aber das ist richtig herrlich. Es ist eine schöne Atmosphäre, wenn ich abends noch im Bett lege und noch ein bisschen lese oder einen Film gucke. Ganz toll. So, jetzt zeige ich es euch mal. Am besten müssten wir sowieso dieses Licht hier ausmachen und dann gehe ich mal nach oben an meine Wandsch, zu meinem Heizkörper. Ja, da habe ich jetzt nicht mehr so viel Weißfläche, aber ich mache ihn jetzt mal an. Moment. Jetzt will er wieder nicht. Jetzt zickt er wieder rum. Das hatte ich vorhin schon mal. Stecker raus und wieder rein. Und dann sollte das klappen. So, da ist er wieder. Bitteschön. So, ja, mein Stuhl knarrt. Dabei ist er bezahlt. So, ihr seht jetzt, das Sternenlicht schwillt auf und ab. Und die Farben wechseln. Jetzt kann man eine Farbe, wenn sie einem gefällt, einfach feststellen. Das kann man machen. So, ich gehe mal ein bisschen runter. Bleibt nicht. So, nochmal. Ich will diesen Farbwechsel unterdrücken. Ich meine, hier waren ja schon schöne Schwaden bei gewesen, die mir gut gefallen. So, jetzt drücke ich mal runter. Und bleibt jetzt diese Farbe. Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe hier runter gedrückt und jetzt bleibt diese Farbe stehen. Nun will ich die Sterne aber zum Stillstand bringen. Erstmal zeige ich euch das Dimmen. Halt, Moment, jetzt sind die Sterne gerade weg. Geht wahrscheinlich erst, wenn ich sie feststelle. Hier gedrückt bei dem S-. Das ist für die Geschwindigkeit. So, jetzt habe ich so weit runter gedrückt, dass sie nicht mehr auf- und abschwellen. Und nun versuche ich das mit dem Dimmen mal. Seht ihr, jetzt werden sie ein bisschen dunkler. Und das war es aber auch schon. Noch dunkler wird es nicht. Das ist schön. Die großen Sterne sind noch gut zu sehen. Und dann kann ich wieder ein bisschen mehr Strahlen hineinbringen durch Hochtippen. Also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Licht. Eine schöne Atmosphäre. Ich liebe das wirklich. Ich empfehle das auch sehr gerne weiter. Der Preis ist jetzt schon wesentlich günstiger als die ersten, die ich für meine Enkelkinder habe. Muss ich sagen. Aber ist trotz allem vergleichsweise schon wieder etwas hoch. Muss jeder für sich wissen. Muss jeder gucken. Das Gerät selbst ist wunderschön. Bloß bei dem Preis, muss ich sagen, bin ich jetzt schon so ein kleines bisschen am überlegen, ob ich das so empfehlen kann. Vergleicht einfach mal. Dann werdet ihr sehen, ob ihr das so wollt oder anders. Jeder, wie er das mag. Ich jedenfalls finde sie schön. Finde sie empfehlenswert. Dieses Licht ist einfach traumhaft. Und es zaubert in den ganzen Raum ein ganz tolles Licht. Eine ganz tolle Atmosphäre rein. Das war es von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt schön gesund. Und danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.